Und ich weiß, dass ich in dieser Zeit, ich habe also vorher nicht veröffentlicht, dass ich in dieser Zeit wahnsinnig viel gelernt habe. Also das war für mich immer wieder ein Aha-Erlebnis. Also ich habe zum Beispiel am Anfang meiner Schreiberei ganz viele Metaphern verwendet. So viele, dass es jeden Text total kaputt gemacht hat. Ich war so, das musste alles tolle Wörter haben und Tiefe haben, aber ich habe meine Figur nicht sprechen lassen. Und das musste ich lernen und das ist mir gar nicht aufgefallen. Da musste mir einfach mal jemand sagen, hey, fällt dir das eigentlich auf, dass deine Figuren in deinen Texten eigentlich gar nichts sagen? Also man kann eine ganze Menge lernen. Letztendlich kommt es darauf an, dass man sich dann irgendwann auch hinsetzt und schreibt und das Ganze irgendwie in die Praxis umsetzt.